Am 9. November war ich mit meiner Mutter im Theater. Und als wir abends dann rauskamen und zum Bus gingen, sahen wir schon einen weinenden Busfahrer, der uns beim Einstieg sagte, die Mauer ist auf. Die Rückfahrt war schweigend. Niemand sprach ein Wort, weil die eine Hälfte wollte schnell nach Hause, um zu wissen, was daran wahr ist. Und die andere Hälfte hatte einfach nur Angst, ob der Busfahrer betrunken ist. Und was ich mir wünsche für die Zukunft, ist einfach, dass solche Momente des Glücks immer wieder aufkommen. Und dass nichts selbstverständlich ist. Und solche Wunder, wie wir damals erlebt haben, etwas Besonderes sind und nicht zur Selbstverständlichkeit gehören sollten.